Stefani-Tag bei uns und auch ein Feiertag für all jene, die immer noch auf Packerl hoffen. Denn wir verlosen auch heute wieder Feuerwehrkalender für 2020 von Foto Kerschi. Zur Verlosung kommen wir gleich. Mein heutiger Studiogast ist langjähriger Kalenderunterstützer und Bäckermeister Reinhard Honida. Hallo. Ich habe es schon angesprochen, du unterstützt den Kalender schon länger. Warum diese Entscheidung? Ja, wir haben ja für uns nicht nur den Auftrag oder die Aufgabe, die besten Packwahlen zu machen, sondern auch soziale und gesellschaftliche Dinge zu unterstützen. Das ist das eine. Und natürlich haben wir bei unseren Bäckerinnen und Bäckern auch ganz viele Feuerwehrleute. Und das gefällt mir natürlich auch ganz besonders, dass wir da auch ein bisschen was machen können. Aus Bäckermeisterlicher Sicht, Weihnachten wird wahrscheinlich stressig gewesen sein. Ist jetzt Zeit ein bisschen zum Durchschnaufen gegen Ende des Jahres? Jein, es ist natürlich stressig. Es ist das eine, es ist ein gutes Geschäft für uns und Gott sei Dank wird ein sehr gutes gewesen heuer. Durchschnaufen natürlich, gerade in den Feiertagen, da geben wir auch unsere Mitarbeiter wirklich frei. Also da gibt es keine Backwannen an den Feiertagen, da hat jeder frei. Und auch wir haben frei. Freut man sich natürlich auf die Familie, dass man ein bisschen runterkommt. Gute Kekse essen vom Bäcker, guten Stollen essen, das ist wichtig. Sag mir nur, wie war es geschenketechnisch? Bei dir warst du brav? Ich bin jedes Jahr wieder überrascht, weil ich ja immer sage, ich brauche keine Geschenke, ich bin glücklich und zufrieden. Aber als Christkind meint es immer sehr gut mit mir und bin wieder bestens versorgt worden. Wunderbar. Apropos bestens versorgt, wir verlosen ja heuer 122 Feuerwehrkalender und 24 Gewinner dürfen sich jetzt freuen. Wenn Sie Ihren Namen jetzt eingeblendet lesen, dann bekommen Sie ein Packerl zugeschickt mit der Post. Da gibt es dann noch was für Sie, den Feuerwehrkalender von Foto Kerschi fürs Jahr 2020. Da bleibt garantiert keine Wand leer. Und eine Überraschung hat sich der Kerschi für dieses Jahr überlegt. Nachdem mehr als 1500 Personen mitgespielt haben, haben wir uns gedacht, es gibt noch eine extra Gute. Und zwar die 1222. Teilnehmerin ist Ilse Stütz aus Unterweißenbach. Herzliche Gratulation. Ja, wir freuen uns ganz besonders. Wir haben da noch das aufgepästert, haben einen Gutschein in Form einer Honeda-Card für die Frau Stütz. Freue mich natürlich ganz besonders. Frossersen-Nachbauer, das Müllviertel Unterweißenbach. Und viel Genuss und viel Freude bei einem guten Frühstück in der Honeda-Naturbergstube oder Brot und Backwaren, süßen Sachen. Alles Gute und Gratulation. Da halten Sie wieder zusammen. Die Müllviertel ist auch voll okay. Reinhard, danke fürs Kommen. Liebe Frau Stütz und liebe alle anderen Gewinner, schön, dass Sie mit dabei waren. Herzliche Gratulation nochmal. Und auch morgen gibt es wieder einen Kalender von Foto Kerschi zu gewinnen. Genau hier wieder einschalten.